Was Sie gerade hören, ist Sound, wie er bisher im Kino zu hören war. Da wir so an diesen Klang gewöhnt sind, ist uns gar nicht bewusst, dass diese Wiedergabe nur einen Teil der vorhandenen Möglichkeiten ausschöpft. Wie wäre es, wenn Sound wirklich außergewöhnlich klingen würde? Wie wäre es, wenn Sound faszinierend, subtil oder authentisch wäre? Wie wäre es, wenn Töne eindringlicher, präziser und vielschichtiger sein könnten? Auf all diese Fragen gibt es eine Antwort. Dolby Atmos. Mit Dolby Atmos kann Sound ganz präzise in jede Richtung innerhalb dieses Kinos bewegt werden. Egal ob von weit hinten. Bis ganz nach vorne. In einem Boden entlang der Decke. Oder irgendwo dazwischen. Heute hören Sie Sound ohne Einschränkung. Wie hört sich das an? Dorby Atmos. Feel every dimension.